Ja, geht's. Reveilion! Was ist das? Wollt ich den da lösen? Oh, okay. Reveilion! Achio! Koteco! Incendium! Achio! Incendium! Koteco! Stufo! Reveilion! Espeniam! Reveilion! Incendium! Wollen wir uns abwackeln hier? Wollen wir uns abwackeln hier? Reveilion! Ja! Ah! Achio! Incendium! Expeliam! Lebioso! Achio! Ingenium! Oh. 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 Entzendet! Okay, das war's hier los. Aber was war da hinten jetzt gewesen? Huch! Was ist das da hinten? Aktion! Entzendet! Rebellion! Hmm. Oh, Schuklatan. 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 Wow Inzende! Achio! Inzende! Inzende! Ediogo! Achio! Achio! Echido! Reveilion! Achio! Leveilion! Inzende! Incendium Achier Also daraus Ah Achille Rebellion Euhm Achille Ah ja. Was? Wahnsinn. Oh, das wird eigentlich warm. Was haben Sie jetzt vor? Reveilion. Und die Glager wahrscheinlich, ne? Wir alle haben unser Schicksal. Meins ist draußen. Kann man nicht irgendwie, äh... Zauber noch, äh... verbessern? Et ihr geht? Ich werde das jetzt aufhören. 並且, ich werde es aufhören. Und dann bin ich aufhören. Ich werde es aufhören. Ich werde es aufhören. Und dann bin ich hier drin. Wenn ich da rauskещere. Ich werde es hier drin. Ich werde es richtig Monaern. Ich werde es von mir. Ich werde es da rauskennen. Ich mache ich drei, weil es gerade bin ich, nicht nur eine kleine realizende. Ich werde es nach Hause mit ihr durchlaufen. Ich werde es nicht große tun. Ich werde es irgendwie nur jetzt nennen. Ich werde es bei dir. Lente. 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 Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Eine Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir, unglücklicherweise, wieder einfällt. Hm, ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Ich muss einfach weitermachen. Rebellion. Was ist hier? Gut auch. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich. Oh mein. Oh. Was ist das ein Bull da, Balak? Seltsam feierlich, dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Revelium. Da, genau wie Jektor es beschrieben hat. Was ist das für ein Ort? Incendio! Intramuras. Hier draußen wird euch niemand hören. Randok wusste, dass du uns zu dem führen würdest, was du versteckst. Arne! Incendio! Ihr Handbuch ist ja wirklich... Ach! Achio! Incendio! Hoppala! Achio! Incendio! Diese Anhänger werden Randok nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jektor mich geführt hat. Mal rein da! Mal rein da! Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Rebellion. 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 Wenn ich auf das Symbol schieße, leuchtet es, aber nicht lange. Ich muss alle drei entzünden, bevor sie wieder ausgehen. Und hier ist der Typ also gestorben, ne? Spinnen. Ob einer meiner Zaubersprüche mir hierbei helfen könnte? Achio! Incendio! Levioso! Potedo! Stufo! Achio! Incendio! Levioso! Expelliarm! Achio! Incendio! So! Einfach einsammeln! Rebellion! Rebellion! Was ist alles hier? Die Plattform sollte direkt zu mir schweben können. Achio! Rebellion! Achio! Incentio! Nebioso! Expelliarm! Eine unberührte Truhe? Achio! Jackdor war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Achio! 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 Jackdor mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Na, alles gründlich aufs Suche, ne? Schöne Brille. Schöne Brille. Oh! Achio! Achio! Expelliarm! Nebioso! Hä? Hinter mir! Rebellion! Was? Ein Rätsel? Achio! Wieder attackieren hier. Alter! Das ist ein goldiger increíblemer. Das ist ein merkwusswert. Réveilio. Da gleich kommt es eine Riesenspinne oder so. Réveilio. 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 Achio! Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Sonnenschutzbrille. Ganz wichtig in der Höhle. Oh, 17. Achio! Reveilion! Ui, ui, ui. Ingenie! Ich bin froh, dass Richard Jackson mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ingenie! 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 Ui, ui, ui. Was ist denn da? Ist denn da noch was? Ingenie! Expelliarmu! Pothedo. Stufo. Acheo. Incendio. Mediose. Stufo. Acheo. Incendio. Stufo. Expelliarmus. Hast du noch Sub-Zibels bekommen? Nee. Vielleicht nicht durch?